So viele Menschen wissen eigentlich nicht, was sie wollen. Die Propaganda bemächtigt sich ohne Rücksicht auf wahr und falsch der nicht selbstdenkenden, widerstandsarmen Seelen. Das schrieb der deutsche Philosoph Karl Jaspers schon vor 70 Jahren, aber in unserer heutigen Zeit ist dieser Satz sicher so aktuell wie noch nie. Und über diese Propaganda, die sich der widerstandsarmen Seelen bemächtigt, spreche ich heute mit meinem Gast Florian Hofer. Florian Hofer ist Arzt in Ausbildung und hat an zwei Wiener Kliniken gearbeitet und ist Autor des Buches Corona-Wahnsinn. Wie Meinungsmanagement und logische Fehlschlüsse unser Denken vergiften. Also über Meinungsmanagement sprechen wir heute. Florian, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Du hast, wie gesagt, den Alltag auch über diese ganze Corona-Zeit in sechs verschiedenen Abteilungen in zwei Wiener Kliniken hautnah mitbekommen. Wenn du dich jetzt mal an die Zeit vor zweieinhalb Jahren erinnerst und auch vielleicht für unsere jüngeren Zuschauer, die gar nicht mehr so wissen, wie war es denn damals eigentlich? Wie war es für dich als Arzt? Wie war der Klinikalltag? Und wie war auch der Kontrast eventuell zwischen der öffentlichen Meinung, was eben dann so in den Kliniken stattfindet? Ja, ich war bei der ersten Welle gleich auf der Corona-Station im 2020, im April und da schon einiges zu tun, aber jetzt nicht so viel. Natürlich mit der Vermummung und alles. Sehr mühsam zum Arbeiten. Aber so die meisten Abteilungen, wo ich war, dann später im Verlauf, war eigentlich weniger Arbeit. Also die Freunde haben mich immer gefragt, die Familie hat mich gefragt. Ja, nein, du musst dafür viel Stress haben im Krankenhaus. Aber im Endeffekt habe ich während der Corona-Zeit weniger Arbeit gehabt, weil eben viele Menschen haben Angst gehabt vor dem Krankenhaus, sind nicht in Ambulanzen gegangen. Zum Beispiel Kinderambulanz, da waren ziemlich mal weniger Patienten, weil einfach alle Angst gehabt haben. Ja. Und insgesamt hat wirklich weniger Arbeit. Also eigentlich paradox und auch im Kontrast zu der eigentlichen Berichterstattung dann. Wie hast du es deinen Freunden dann erklärt? Weil unser Bild war ja, es herrscht eben eine riesengroße Überforderung der Ärzteschaft und des Pflegepersonals. Sind deine Freunde dann darauf eingegangen, dass du gesagt hast, das ist eigentlich nicht so? Ja, nochmals erzählt. Natürlich werden da Punkte ausgepickt, natürlich so Intensivstationen oder gewisse Abteilungen, wo teilweise wirklich durch verschiedene Faktoren ein bisschen mehr zu tun war. Ja, aber so Überbelastung ist ja eine chronische Sache. In den Krankenhäusern, bei den Ärzten. Ja, das heißt, du hast aus dem eigenen Alltag oder aus deiner eigenen Erfahrung oder von Erzählungen von Kollegen mitbekommen, dass diese Überbelastung in den Jahren, Jahrzehnten zuvor genauso hoch war, oder? Genau, ungefähr. Je nachdem halt punktuell. Man hat nur ein kleines Bild gesehen, nur die kleinen Intensivstationen teilweise oder ein, zwei Abteilungen. Aber die restlichen waren halt viel weniger ausgelastet, weil da ein bisschen ein Bias, wenn man nur das Kleine auspickt und natürlich der Öffentlichkeit präsentiert. Und wie bist du selber dann letztlich dazu gekommen, der Berichterstattung so nicht mehr zu vertrauen, auch was die ganze Corona-Thematik angeht? In deinem Buch geht es ja auch um logische Fehlschlüsse, auch um Missverständnisse, was die Wissenschaft, was Studien angeht. Wann war für dich der Moment gekommen und du gesagt hast, hier stimmt irgendwas nicht? Eigentlich gleich am Anfang. Ich beschäftige mich schon länger kritisch mit verschiedenen Dingen, schon vor zehn Jahren so mit dem Geldsystem, weil ich nicht verstanden habe, wie können Staaten verschuldet sein und habe mich schlau gemacht in Zeitungen. Ich bin jetzt schlauer geworden und habe mich alternativ schlau gemacht. Dann habe ich dann mehr gefunden, mehr Antworten für Verschuldung und so. Und dadurch war ja sehr kritisch noch ein gleich bei Corona. Am Anfang habe ich schon mit dem Lockdown gedacht, ja, das ist vielleicht etwas Schlimmes. Aber nach einem Monat habe ich gemerkt, ja, aber es ist nicht so tödlich, die Krankheit. Ja, okay. Wie bist du mit diesem Wissen umgegangen, auch in Bezug auf deine Kollegen? Ich nehme an, dass du da alleine gestanden hast erstmal. Hast du versucht aufzuklären oder hast du gemerkt, oh, das Klima ist schon vergiftet? Ja, so in Einzelgesprächen schon. So in der Gruppe ist es natürlich schwer. Aber viele halt, wenn halt natürlich die Ärzte machen sehr schlau wie normale Medien. Und natürlich haben sie da auch, die meisten waren da sehr unkritisch. Und ich habe nachher so gesprochen, aber teilweise wird halt abgeblockt und teilweise wird halt nachher, wenn man so Argumente liefert, halt ignoriert. Oder einfach immer nur die gleichen Sätze wiedergebracht. Gleich über die Impfung, das ist da sehr ungut, ja. Ja, das Thema hat sich ja dann eben noch verlängert bis heute. Wie ist es mit den Patienten gewesen? Und gab es auch Geschichten oder Fälle, wo du gesagt hast, ja, diese Einzelfälle, die auch in den Medien dann eben vielleicht aus dem Kontext gerissen wurden und so präsentiert worden sind, die habe ich schon auch erlebt? Es gab schon richtige heftige Corona-Fälle? Schon, ja. Einen vielleicht habe ich insgesamt gesehen vor drei Monaten, wo ich auf der Corona-Station war, wo er schnell mit der Sättigung abgefallen ist. So ein 45-Jähriger mit Raucher, Bronchitis, Bluthochdruck. Normale Sättigung in 95 Prozent. Sauerstoff und der ist auf 80 runtergerasselt, trotz 20 Liter Sauerstoff, das ist schon viel. Und den haben wir noch weiterverlegen müssen. Also das war eine Sache, was wir sonst eigentlich nie gesehen haben. Ja. Am Anfang gab es ja eben auch eine sehr starke Diskussion um die Beatmungsmaschinen. Ich habe das gar nicht mehr jetzt so in den letzten, eigentlich schon in den letzten ein, zwei Jahren dann nicht mehr so gesehen, dass gerade diese Beatmungstechnik auch dann dazu geführt hat, dass ja falsch behandelt wurde. Hast du das auch beobachtet? Genau, genau. Da gibt es ja schon Erkenntnisse, dass es eigentlich schlecht ist, heute das Intubieren mit der künstlichen Beatmung und Koma eben, wo es eben die Lungen überdehnt und auch erst zu einer Fibrose macht. Ja, okay. Und das hast du selber auch in der Klinik erlebt dann? Na, auf der Intensivstation war ich nicht. Okay, gut. Gut, wir haben deinen Weg des Aufwachens, kann man es ja gar nicht nennen, du warst von Anfang an kritisch, aber so dein Arbeitsalltag hat sich dann wahrscheinlich so gestaltet, dass du immer wieder auch in den Konflikt geraten bist mit Patienten auch, dass du die versucht hast aufzuklären, wenn sie vielleicht mit stärkeren oder größeren Sorgen in die Klinik gekommen sind, als es deiner Meinung nach überhaupt nötig war? Genau, also wenn es so sehr Sorgen gehabt hat wegen Corona und ein Krankenhaus ist gefährlich, dann haben wir schon ein bisschen die Angst genommen und es gibt andere Krankheiten auch. Aber so direkt so tiefe Diskussionen und zum Aufklären, du hast ja wenig Zeit, auch mit den Kollegen ist da wenig Zeit. Ja. Du hast auch einen Patienten aus Bergamo gehabt, ist das richtig? Habe ich hier gelesen, dass du da Kontakt hattest? Und das war ja der erste große Herd in Europa. Wie war so da deine Wahrnehmung? Ja, das war jetzt ein junger Patient, der war im Fußballstadion in Bergamo, der ist ja angesteckt. Und nachher, der war in Wien, haben sich ein ganzes Studentenheim sperren müssen, Riesenhaus. Das ist schon sehr komisch. Ja. Und der war auch ernsthaft erkrankt? Nein, nein. Okay. Naja, die Bilder von Bergamo haben uns ja eben alle sehr beschäftigt. Du hast es dann eben live mitbekommen. Ja, in deinem Buch geht es ja weniger um die medizinischen Hintergründe, obwohl du Arzt bist, sondern es geht sehr stark eben um diese gesellschaftlichen Mechanismen, dass wir in diesen Corona-Wahnsinn verfallen sind. Was sind deiner Meinung nach die Hauptaspekte dieser gesellschaftlichen Indoktrination oder der Propaganda der Manipulation? Es hat eine gewisse Dynamik, die sich nachher selbst verstärkt hat. Natürlich die Mediengrundprobleme, sehr Monopolisierung und sehr gleichgeschaltet oder sehr ähnlich berichterstattend und sehr dogmatisch. Also nur eine Wahrheit ist die richtige und generell natürlich so Diffamierung von Andersdenkenden, dass wirklich nur die eine Wahrheit die richtige ist. Ja, das haben wir alle zur Genüge mitbekommen. Hast du vielleicht ein Beispiel, vielleicht für eine Berichterstattung oder einen Sender, eine Zeitung, die besonders, vielleicht sogar auf perfide Weise aus dem Kontext gerissen hat oder falsch fokussiert hat? Ja, wir haben ja die Geschichten gesehen, da in Bergamo mit den Intensivstationen, aber ich glaube, in ganz Italien sind nur Krisen dabei, weil es nur einige Regionen, die etwas einiges falsch gemacht haben. Da ist da so ein kleiner Aspekt herausgepickt worden und sehr emotional überladen eben mit den ganzen Bildern. Wenn ich so Bilder sehe im Krankenhaus von den Intensivstationen vor Corona, das ist natürlich auch kein schöner Anblick. Und das triggert uns natürlich emotional, da kommt man in ein bisschen Angstdenken, aktiviert so ein Mygdala im Gehirn, die Angstzentren und schaltet sich ein bisschen das logische Denken aus. Das ist eben auch ein Grundproblem eben. Und dadurch, durch die Smartphones jetzt, die wir haben, sind wir immer umgeben von den Nachrichten und immer von dem emotionalen Ballast, dem Psychosmog, was ich schreibe. Und das frisst sich natürlich in die Gehirne und lässt uns auch, glaube ich, schwerer so Krisen meistern, wenn man so emotional gesteuert agiert. Ja, und das ist das, was du beschreibst, als so diese Eigenlogik, diese Dynamik, die dann eingesetzt hat, die gesellschaftlichen Prozesse, diese systemischen Fragestellungen eigentlich. Aber das Wort Meinungsmanagement, das scheint ja zu suggerieren, dass dort tatsächlich aktiv etwas gemacht wurde in den Medien, dass man gesagt hat, wir wollen die Meinung, die öffentliche Meinung bestimmen, dass sie in eine gewisse Richtung geht. Ja, wie begreifst du dieses Wort Meinungsmanagement und wo hat sich das deiner Meinung nach gezeigt, dass dort bewusste Akteure auch waren? Das ist eine schon lange Geschichte. Es gibt schon 100 Jahre, so mit Gustave Le Bon, die Massenbewegung im 19. Jahrhundert, Industrielle Revolution, wo es mit Bildern, mit Emotionen, mit Wiederholungen die beeinflussen. Und der Edward Bernays, natürlich der, der so gesellschaftliche Triebfedern angreifen will, so wie halt das Freiheitstrang oder das mit dem Feminismus natürlich auch. Und aktuell ist auch da natürlich der Drang zur Nächstenliebe, zur Solidarität, anderen Menschen zu helfen, der, was natürlich ein menschlicher Drang ist und jeder hat das, so etwas Gutes, der, was dazu benutzt wird in der Corona-Krise, dass man gewisse Politiken durchsetzt auch und gewisse Maßnahmen. Ja, das heißt, man greift etwas auf, was in dem Menschen verankert ist, wozu er einen natürlichen Trieb hat, der auch dann als gut angesehen wird, und benutzt ihn dazu, sodass eben auch kein Widerspruch mehr möglich ist, weil das ja eben dann unsolidarisch wäre. Genau, und das sind nachher so geschlossene Logiken, also so wie in der Religion, wo es ja alles auf sich selbst aufbaut, wo es nachher keinen Widerspruch eigentlich gibt. Und dann natürlich so mit dem dogmatisch absolute Wahrheit, das Moralisierende auch, es geht ums Gute und auch so öffentliche Prang, auch halt Social Media und so, eigentlich sehr, wie teilweise Religionen, wie Mittelalter. Da muss ich dich persönlich mal fragen, bist du da selber auch schon mal so ins Kreuzfeuer geraten oder merkst eben auch nach Veröffentlichung deines Buches, ist es im Frühjahr dieses Jahres erschienen, dass du da entweder Repressalien ausgesetzt bist, bei den Kollegen nicht mehr gut gesehen bist oder dass, ja, das Buch gar zensiert wird irgendwie? Ja, also auf Google wird es ja zensiert, da gibt es glaube ich sechs Online-Shops und nur einer ist sichtbar auf Google und die anderen sind gleich am Anfang mal, nach ein paar Wochen zensiert worden, obwohl ich da noch nicht verkauft habe. Und das ja, und mit den Kollegen, da war ich in so einer Gruppe und haben sie gefragt, wer alle geimpft ist und da habe ich gesagt, nein, bin ich geimpft. Und da war nachher so eine Krankenschwester, mit der hat mich super verstanden. Da war halt einer in Maske und sie hat sich gleich weggesetzt von mir. Also es war sehr komisch, ich habe gerade was gegessen, eine gute Torte. Und sie hat sich einfach weggesetzt, das war dann schon. Und alle haben mich schief angeschaut. Und nachher so in Einzelgesprächen, da habe ich nachher schon besser die Menschen erreicht. Okay, also da sieht man natürlich ganz im Persönlichen, wie solches Meinungsmanagement und solche Manipulationstechnik, der Propaganda, die schon von Bernays und Le Bon beschrieben worden sind, heute eben greifen. Die Frage nochmal nach den Medien, die du ja auch aufgreifst, ist auch, woher dieser Haltungsjournalismus kommt. Und warum, und das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle, die Gesellschaft nicht nach anderem verlangt. Also du sagst von dir selber, ich habe mich schon früh dann alternativ auch informiert, weil es mir nicht mehr genug war. Aber warum diese Blindheit und dieser Unwille, sich wirklich weitgehend zu informieren und diese unkritische Haltung? Ist auf der einen Seite, glaube ich, so das Vertrauen auf die Autorität, ist ja auch was Menschliches. Auf der einen Seite der Gruppenzwang, so ein Gruppentierer als Mensch. Es brennt sich natürlich auch ein ins menschliche Bewusstsein. Und auf der anderen Seite, es gibt halt, wenn man so normale Zeitungen liest, es gibt nur die eine Meinung, ist halt auch so Informationsarchitektur, Framing, dass halt nur die eine Information ist, nachher kann man sich nur zu dem entscheiden. Und da weiß man gar nicht, dass es was anderes gibt. Genau, genau. Dann denkt man sogar, man wäre ja kritisch, aber man ist innerhalb nur eines bestimmten vorgegebenen Rahmens kritisch. Genau, das ist halt der enge Diskussionsrahmen, was immer weiter enger wird. Ja, diese Diffamierung, beziehungsweise diesen Gruppenzwang, hast du das mitbekommen, auch an anderen, an Bekannten, also in deiner Umgebung, dass sie da diese Mechanismen, dass sie diesen Mechanismen unterlegen sind, das selber aber nicht gemerkt haben? Sehr viele, fast alle, ja. Ja, hast du da ein Beispiel? Konkretär die ganzen Kollegen eben. Und da haben wir natürlich eine Gruppe, wenn man da über das Impfen redet, durch eine Gruppe erreicht man die Menschen schwerer, wenn man die Maßnahmen bespricht. Aber so in Einzelgesprächen, da erreichen wir es wieder viel besser. Ja, man will das Gesicht nicht verlieren. Genau. Gerade bei deinen Kollegen würde ich ja sagen, da ist ja die Auseinandersetzung mit der Studienlage doch eigentlich eher gegeben. Also einem Normalbürger auf der Straße muss man das nicht unbedingt zumuten. Aber wie ist es da denn eigentlich? Ich denke mal, im Studium bekommt man, ist man ja direkter in Auseinandersetzung mit bestimmten Studien und mit der Lage der Wissenschaft. Wie ist das dann als Arzt? Beschäftigt man sich täglich dann eben noch mit neuesten Studien? Liest man mehr als das Abstract? Liest man sie überhaupt? Oder wie wird die eigene, dann wissenschaftliche Meinung dort gebildet? Ja, also durch die Universität, das wird meistens schon zehn Jahre veraltet oder 20 Jahre. Oder eben es werden regelmäßig so Abstracts vorgestellt und die ganzen Studien vorgestellt in so einmal, zweimal die Woche. Das ist schon in vielen Abteilungen in Wien. Aber die Ärzte oder generell, wenn man so im Fach drin ist, ist man glaube ich auch ein bisschen betriebsblind, ein bisschen fachblind und kennt halt nur das. Darum finde ich auch interessant, so viele Akademiker sind eher unkritischer, als wie so zum Beispiel Arbeiter, nicht Akademiker. Ich bin ja auch so in der Nicht-Akademiker-Familie, so aus der Obersteinmark und da bin ich ja gerne mehr zu Hause und bin in einer ganz anderen Umgebung als wie in Wien. Akademiker und sie, die sind da viel kritischer, die denken halt intuitiver teilweise und sehen das halt teilweise viel besser. Ja, dieses intuitive Denken wird durch die akademische Ausbildung ausgetrieben, habe ich das Gefühl. Extrem, ja, da ist man viel mehr im Kopf, das sicher auch bei den Patienten, die Akademiker-Patienten sind viel mehr im Kopf, machen sich viel mehr Sorgen. Beobachtest du, dass die Meinung der Ärzte und auch sozusagen ihr Wissen über die Studienlage beeinflusst wird von Pharmaunternehmen? Welche Studien besonders vorgestellt werden, welche Therapien eben, ja, als jetzt besonders en vogue gelten? Natürlich, ja, die ganzen Leitlinien werden natürlich auch von Pharmafirmen und die Professoren, die werden halt bezahlt für so Vorträge, so zu Urlaubs- oder zu Fortbildungen, irgendwo in der Karibik einladen, in diese nennen wir erlaubt. Aber sie halten halt so Vorträge für Unternehmen und da werden sie halt bezahlt, meistens eine Primarie, die werden sich da was so vorstellen und die kriegen dann halt so, werden halt bezahlt für verschiedene Fortbildungen, im Krankenhaus. Ja, und schlägt sich das irgendwo nieder, jetzt vielleicht auch in deinem Alltag, dass du weißt, dieses Medikament, das soll ich empfehlen, das weiß ich, weil vielleicht eben der Vertreter hier war oder weil meine Klinik nur das einkauft, wie sieht das praktisch aus? Na so in der Praxis hat es jetzt keine Auswirkungen, da haben wir vor die Pharmafirmen jetzt nicht so starke Auswirkungen, aber generell, wir haben halt nur das, also wir können im Krankenhaus oder in der Allentation eh fast noch mit Pharma-Mitteln arbeiten, vielleicht ein bisschen Physiotherapie, ein bisschen Sport, aber wir haben generell wenig zur Auswahl. Ja. Was hast du konkret vermisst, vielleicht auch in den Medien und auch, dass von der Ärzteschaft angeboten wird, ja informiert euch mal, anderweitig, was eben Therapien angeht, auf Covid bezogen? Auf Covid bezogen. Ja, es gibt natürlich so, das Aspirin ist gut, haben sie auch schon lange eingesetzt in Amerika und das Cortison, Blutverdünnung eben ist Aspirin gegen die Mikrotrombosen, das wäre ganz gut. Und da generell, also es gibt ja so DS-Zistrose oder Echinicea, das ist ein bisschen antiviral, schaden dort sicher nicht, vielleicht ist es ein bisschen Placebo, aber das wirkt ja auch, zum Beispiel so Kleinigkeiten einfach. Okay. Ja, da gab es sicherlich auch eben eine Fokussierung auf die gewünschten Therapien und das Ausblenden dieser Ungewünschten. Das ist auch eben etwas, was du beschreibst, die Techniken des Meinungsmanagements nach Le Bon beziehungsweise auch nach Rainer Mausfeld, der sagt, diese Dekontextualisierung, das Aus-dem-Kontext-Reißen und wir haben noch zwei andere, das Fragmentieren und den Informationsüberfluss. Erklär das mal und wo hast du das eben besonders am Werk gesehen? Genau, wir sehen überall heute einen Informationsüberfluss, wir lesen immer die Zeitungen, wir haben es immer am Handy und das macht einem ein bisschen Mühe beim Kopf und man kann natürlich nicht unterscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant und da kann es leicht sein, dass man das übersieht einfach, die relevanten Sachen und natürlich aus dem Kontext gerissen, zum Beispiel die Intensivstation, was wir haben, aber auch nicht im Kontext mit den anderen Abteilungen und natürlich Fragmentisierung ist auch, wo natürlich eben nur kleine Informationshäbchen, wo das Ganze heute präsentiert wird. Das sind ja sicherlich Techniken, die wir in den Medien eben vor allem am Werk gesehen haben. Genau, das ist eine alte Geschichte, sehr interessant, da gibt es einen Briefwechsel zwischen Sigmund Freud und Albert Einstein, schon vor 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg und da hat Albert Einstein in Sigmund Freud eben gefragt, wie kann das sein, dass so ein Krieg eigentlich passiert, so psychologisch, tiefenpsychologisch, wie kann das sein, dass so die Mehrheit, die was darunter leidet, so was macht, wo nur eine Minderheit, eben profitiert und da hat sich da Albert Einstein eben überlegt, natürlich, wie bezieht die Information, also wie bezieht die Masse die Information eben durch die Zeitungen und da hat er logisch weitergedacht, da müsste halt die Zeitungen, die Medien vor 100 Jahren damals halt der Minderheit eben dienen und in der Mehrheit. Ein ganz logisches Gedankenexperiment von Einstein. Ja, so kann man auch annehmen, dass das heute weiterhin so ist und ja, wir haben natürlich die Frage auch heute mit Kriegen und Unruhen weiterhin so. Du hast eben noch über diese Studien, haben wir gesprochen, dass sie ja nicht nur teilweise nicht gelesen werden oder ja eben nur veraltete Studien gelesen werden, sondern dass auch neue Studien aus dem Kontext gerissen werden beziehungsweise missverstanden werden, bewusst missverstanden? Ich glaube nicht. Es gibt einfach so einen Überfluss teilweise an Studien und teilweise von der breiten Masse einfach die Ärzte, weil Studien so als absolute Wahrheit gesehen aber es ist nur ein kleiner Einblick eben in ein kleines Thema. Aber das Wesen von der Wissenschaft ist ja, es kann jederzeit widerlegt werden. Es ist keine Religion und nichts Unwiderlegbares. Und da gibt es natürlich auch Beispiele so mit den Tabakkonzerne, wo halt rausgekommen ist, dass es schlecht ist für die Lunge. Nachher haben sie die Tabakkonzerne zusammengesetzt, haben sich überlegt, was kann man machen. Nachher haben sie die Öffentlichkeit mit Studien überflutet, wie auch aus Asbest kann zu Lungenkrebs führen oder auch, wenn man im März geboren ist, statistische Häufung. Da werden halt so verschiedene Aspekte, verschiedene Studien sind da ausgebracht worden und das hat nachher die ganzen Verbot und Reduzierung von Tabakkonsum und von Verkauf eben um zehn Jahre verlängert eben, weil die ganzen Studien, die haben eben den Blick für das Wesentliche nachher nicht mehr klar sein lassen. Also eine klare Einflussnahme der Industrie auf die Wissenschaft. Genau. Gab es das bei Corona deiner Meinung nach auch? Ich glaube auch, zum Beispiel bei den Masken, da gibt es verschiedene Studien, ein paar sagen, es bringt sich was, ein paar bringt sich nichts. Wenn man es genau anschaut, die ganzen Maskenstudien, wo man sagt, es bringt sich was, sind so unter Laborbedingungen, es wird weniger Virus ausgeschieden aus der Maske, wenn man hustet, wenn man auch gesamtgesellschaftlich schaut, bringen sich Masken was, dass weniger Infektionen sind, dann die Studien zeigen nachhernd, dass es im Endeffekt fast nichts bringt oder gar nichts bringt. Also da muss man auch differenzieren. Da sind Individuelle, wo es vielleicht was bringt, in Laborbedingungen, aber nachher gesamtgesellschaftlich halt nichts bringt. Das ist halt schwer zum Differenzieren natürlich auch, wenn man sich nicht auskennt. Ja. Und jetzt auch wieder ein schönes Beispiel für das Meinungsmanagement hier zum Beispiel, was die sozialen Medien angeht. Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bin ich gespannt, ob dieses Video nämlich auf YouTube gesperrt wird, nämlich für genau solche Sätze sind schon einige Videos auch von uns gelöscht worden. Da fragt man sich natürlich auch, darf ich das überhaupt noch sagen? Jetzt riskiere ich ja eben etwas. Und das ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür oder ein schreckliches Beispiel. Es geht auch um logische Fehlschlüsse in deinem Buch. Und du sagst, wenn wir kritischer denken würden und auch diese Fehlschlüsse vermeiden würden, dann könnten wir uns eben diesem Corona-Wahnsinn und auch anderen öffentlich gemachten Gesellschaftswahnsinnen widersetzen. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Fehlschlüsse, die man vermeiden sollte? Ja, sehr präsent. Das Argument gegen den Mann. Also, wenn man was kritisch ersorgt und auch an der Zeitung, nein, das ist ein ungültiges Argument, weil er ist ein Verschwörungstheoretiker oder er ist das und das, er ist ein Rechter, er ist ein Linker. Aber das ist eigentlich keine inhaltliche Widerlegung von Argument, sondern eigentlich nur Diffamierung. Bei logischen Fehlschlüsse geht es immer darum, dass er nicht inhaltlich widerlegt ist, sondern einfach nur das, wo man anderer Ebene geht. Also Beleidigung oder so Schwarz-Weiß-Denken oder Verallgemeinerung natürlich auch. Ja, ich glaube, da brauchen wir auch keine Beispiele zu hören, weil das haben wir wirklich zur Genüge erlebt, leider und erleben wir immer noch. Genau, also das Argumentum Ad hominem, welche Argumente oder Fehlschlüsse noch? Sonst haben wir noch eben die Fallgemeinerung, die Schwarz-Weiß-Denken und da den Zickelschluss natürlich. Ja. Wahrscheinlich, gerade bei Ärzten stelle ich mir das auch immer selber vor und ich würde mich da auch nicht ausnehmen, dass man dieses Autoritätsargument auch sehr stark anführen kann. Der ist ein Arzt, der hat studiert, der weiß, was er sagt und wer bin ich, das zu hinterfragen. Wie gehst du auch persönlich vielleicht mit einer gewissen Autoritätshörigkeit oder so einem Blick nach oben, den deine Patienten vielleicht vor dir haben, damit um? Inwiefern? In der Praxis? In der Praxis, genau. Also, dass du vielleicht den Eindruck hast, die würden mir jetzt alles abkaufen, die sagen, sie sind der Arzt, sie können mir alles andrehen. Schon, ja. Aber es wird ein bisschen weniger mit der Zeit. Also, die Patienten machen sich selber immer mehr schlau. Aber es war früher sicher mehr. Ja. Also, das wirst du als positive Entwicklung sehen? Schon. Kann positiv sein, kann negativ sein. Gut für den Arzt. Aber wie siehst du insgesamt die Entwicklung jetzt auch? Dein Alltag heute hat er sich verändert? Auch was die Art und Weise, wie deine Kollegen zum Beispiel auf dich zugehen oder wie insgesamt dieser Kontrast zwischen öffentlicher Wahrnehmung und der tatsächlichen Realität ist im Vergleich zu den so am Beginn der Krise? Ja, es sind schon viele Kollegen halt viel kritischer. Das sieht man schon. Vorher haben sie es nur unter vorgehaltener Hand ein bisschen erzählen traut und da sehr unsicher am Angst gehabt mit der Verächtung und so. Und das vielleicht den Job verlieren, eh verständlich. Aber jetzt eigentlich die Mehrheit, die was da ein bisschen den Kopf schüttelt. Die Mehrheit, das zu sagen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger in verschiedenen Ausmaßen. Impfung weniger, aber Maßnahme hört mehr. Ja, Thema Impfung, wie ist es da? Es ist ja gerade in Österreich eben sogar noch stärker als in Deutschland auch mit der Impfpflicht gewesen, auch in den Pflegeberufen. Wie ist da jetzt gerade die Lage und wie ist die Sichtweise, wenn du das so sagen willst, der Gesellschaft auf dieses Thema? Ja, immer noch sehr auf die Impfung fokussiert und dann ist es gut, aber vierter Stich möchten sie nicht mehr und ich habe generell auch mit Kollegen einiges gesprochen über die Impfung und meistens nachher haben sie natürlich immer die gleichen Argumente, aber unter zwei Augen geht es nachher. Nachher sage ich, es ist ein medizinischer Fehler, was experimentell ist, an einer gesunden Person anzuwenden und das ist ein ethischer Fehler, medizinisch und rechtlich und das ist eigentlich das beste Argument, was ich habe. Wie ist da die Reaktion? Sie wissen dann nichts. Und werden denn da auch jetzt Studien wahrgenommen beziehungsweise auch jetzt ja neuere Erkenntnisse über die Nebenwirkungen? Langsam, langsam, sehr, sehr langsam. Okay. Ja, du hast eben den Begriff Psychosmog erwähnt. Der hat ja sicherlich auch mit diesem Informationsüberfluss zu tun, dem wir da alle ausgesetzt sind. Was macht der mit uns? Im Endeffekt sind es Botschaften, die emotional überladen sind, so wie viele Sachen in den Medien auch sehr negativ beeinflusst. Da gibt es eine Studie der erwarteten Todesursachen, so generell gesellschaftlich und die tatsächlichen Todesursachen. Und die Studie sieht halt, dass wir maßlos Terrorismus überschätzen und Tod durch Drogen oder durch Mord. Und wir unterschätzen halt die Todesfälle durch Krankheiten, durch Krebs, verschiedene Sachen. Es ist eben dadurch, weil man immer halt das Intermediensegen, der Terrorismus, die Kriminalität, das Negative. Und eigentlich ein gutes Beispiel, wie verzerrt unsere Sicht ist durch die emotionale Überladung, natürlich auch in der Pandemie. Ja, wie kommen wir da raus? Können wir überhaupt diesen Corona-Wahnsinn beenden? Du sagst, es gibt eine gewisse Entwicklung, eine größere Offenheit und kritischere Haltung. Hast du Hoffnung, dass es sich wirklich bald umdreht, auch die öffentliche Meinung? Beziehungsweise können wir eine weitere Hysterie und einen weiteren Wahnsinn schon von vornherein vielleicht auch verhindern? Ja, ich glaube schon. Also durch die Pandemie sind viele Leute eben kritischer geworden, die Medien betreffend. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist so eine Impfung gegen, Immunisierung gegen zukünftige Krisen, weil die Menschen eben kritischer werden und sich auch mit mehr Medien beschäftigen. Und dadurch kann man zukünftiger Krisen sicher ein bisschen besser begegnen auch. Ja, okay. Also eine kritische Einstellung den Medien gegenüber und sich breiter informieren. Wie siehst du unsere Chance, die Spaltung der Gesellschaft wieder rückgängig zu machen oder zumindest aufzuhalten? Sehr schwer. Es gibt halt die ganzen Strukturen, die was dazu beitragen. Die sind ja schon da, sind schon seit Jahrzehnten, die was wachsen. Aber einfach das noch und mehr Leute einfach die kritischen Medien ein bisschen mehr anschauen. So haben wir ja gesehen durch die Pandemie und dadurch müssen sie die offiziellen Medien natürlich auch ein bisschen vor ihren Elfenbeinturm hinabgegeben und auch wieder das Niveau anpassen. Ich glaube, das hat immer so ein Pendel einfach. Ja, das geht aber nur, wenn die Nachfrage auch wirklich da ist von gesellschaftlicher Seite und wenn die Menschen ihr Unbehagen und Ungenügen mit diesen Medien und mit dieser Einseitigkeit auch zeigen. Was ist deine Prognose? Was ist deine Einschätzung auch? Kommt es bald zu einer Aufarbeitung? Oder wird es eine Verdrängung geben eigentlich das Geschehenen und man wendet sich dann dem nächsten großen Ding zu, der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ich glaube beides. Also so kleine Aufarbeitung, in kleinen Strukturen sicher und teilweise natürlich auch Verdrennung. So wie verschiedene Konflikte, so wie mit Saddam Hussein, die Lüge, die außenpolitische Lüge 2004, dass der Biowaffen hat. Und zwar sah jeder aus dem Endeffekt der Verdrängung. Ja, es ist eigentlich offiziell, es waren keine Massenvernichtungswaffen, aber es hat keine Wirkung dann letztendlich gehabt. Gut, wir brauchen trotzdem die Aufarbeitung und die Aufklärung. Das machst du mit deinem Buch und wahrscheinlich eben auch im Alltag. Florian, vielen Dank für das schöne Gespräch. Schön, dass du da warst und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir haben Florian Hofers Buch Corona Wahnsinn vorgestellt und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du sagst der Kaiser meiner Seele sein. Untertitelung im Auftrag des ZDF,